Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen, in anderen Sprachen zu sprechen. Wie kommt es, dass jeder von uns sie hört? Wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den Wundern Gottes sprechen. Die Christen feiern Pfingsten, die Gabe des Heiligen Geistes, die dritte Person der Dreifaltigkeit. Dieser Heilige Geist, der es uns ermöglicht, uns durch unsere Worte und Taten zu verstehen. Dieser Heilige Geist, der Gott in das Herz jedes Menschen bringt und ihm die Unendlichkeit seiner Liebe offenbart. Heute, du, der uns zusieht, egal welche Herkunft oder Religion du hast, der Heilige Geist hat eine Botschaft für dich. Lass dich von Christus Jesus anschauen, denn er liebt dich. Er ist von heute an für dich der Weg, die Wahrheit, das Leben. Durch sein Kreuz und seine Auferstehung öffnet er dir den Weg zur wahren Freude hier und jetzt. Gott segne dich. Gott segne dich. Untertitelung des ZDF, 2020